Fieser Witz, Desiree Nick muss ihres Abel 10.000 Euro zahlen. Desiree Nick, 66, muss zahlen. Die Entertainerin ist schon dem einen oder anderen Promi auf die Füße getreten. In ihrem Podcast Lose Luder plaudert sie regelmäßig mit anderen Stars über Gott und die Welt, oder eben über Kollegen. Ein Witz wird sich nun aber in ihrem Portemonnaie bemerkbar machen. Weil Desiree über ihres Abel, 55, gelästert hat, muss sie ihr nun eine fette Geldstrafe zahlen. Offenbar hat die TV-Bekanntheit gemeinsam mit Daniela Büchner, 45, über Iris in ihrem Podcast gesagt, dass sie stinke. Iris klagte dagegen und bekam nun vom Handeln. Ausgleichen Meine illustre Gästeliste geschafft noch ins Big Brother Haus. Außerdem sei das eine Einschränkung für die gesamte Podcastbranche und eine Peinlichkeit.